Bitcoin, der Kampf zwischen den Bullen und Bären geht jetzt in die nächste Runde. Wir haben unser Level aus dem gestrigen Video rausgenommen, was das jetzt unserer Meinung nach bei Bitcoin, also bei Ethereum für den Chart bedeutet und vor allem welche Levels jetzt demnach wichtig sind, erfahrt ihr in diesem Video. Heißt, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und damit würde ich sagen, servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air. Wir schauen uns heute Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen kurz darauf ein, was sich in dem letzten Update-Video getan hat. Wir hatten eine Long-Order mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe platziert, wir haben den aktuell noch drin, warum wir den noch drin haben, ob wir den gegebenenfalls löschen und wo sich vielleicht neue Trade-Möglichkeiten anbieten, bearbeiten wir heute alles hier in diesem Video. Bevor wir anfangen, wie immer noch eins vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es nicht geschehen, auch gerne in den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Damit starten wir rein, Krypto-Market-Cap aktuell hier bei den 1,17 Billionen US-Tollar mit 0,4% im Plus. Bitcoin natürlich mit 0,5% im Plus bei den 27.730 US-Tollar. Ethereum hier mit den letzten 24 Stunden, ja, 0 auf 0, notieren hier bei den 1.864 US-Tollar. Wir gehen nicht auf die Ausreise ein, sondern starten direkt rein ins Kursgeschehen. Wiki-Candle, ja, relativ minimal bearish geschlossen, jetzt aber nicht allzu interessant, deswegen starten wir hier gleich auf den Daily-Time-Film. Hier auch nicht wirklich extrem bullische Daily-Candle nach oben raus, jetzt auf jeden Fall mal interessant unser, letztendlich nach wie vor unser High. Hier bei den 29.100, danach erst wieder unser Top bei den 3.100 US-Tollar. Sprich, auf dem Daily-Time-Film auch aktuell nicht wirklich markante Levels, daher fokussieren wir uns hier aktuell auf den kleineren Time-Film nach unten raus. Jedoch, definitiv wichtig hier auf dem Daily, die 26,5, unser High bzw. unsere einigen Lows, die wir hier gebildet haben, sollten wir dieses Level nach unten raus verlieren, geht es hier unserer Meinung nach sehr schnell in die 25.200 US-Tollar-Region. Auf dem 4-Stunden-Time-Film gehen wir ganz kurz auf unseren übergeordneten Count ein, wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir seit unserem All-Time-High in einer WXYXZ-Korrektur abverkauft sind, diese letzte rote Welle Z auch bereits gefunden haben, hatten hier in der 16K-Region auch bereits kleinere Troschen hinterlegt und zählen demnach, seitdem wir hier unseren Boden gefunden haben, den ersten übergeordneten Aufwärtsimpuls in Orange, sprich hoch in der 1, runter in der 2, die ist auch bereits gefunden, kommen jetzt hier aktuell hoch in der 3 und hier gehen wir bei Bitcoin, also bei Ethereum davon aus, dass diese Orange 3 überextendieren wird, sprich, dass wir hier das 261,8 erreichen werden, beginnt hier Mindest-Targets bei den 45.000 bis sogar hoch auf die 50k eben für diese Orange 3, klar erwarten wir dann nochmal eine 4 und eine 5, aber jetzt erstmal für diese Orange 3, auf jeden Fall der Bereich von 45 bis 50k, sehr interessant. Bevor wir auf einen Stunden-Time-Film gehen, ganz kurz noch ein Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, würden wir euch da natürlich in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date halten, das ist jetzt hier beispielsweise das Signal von gestern, was ich vorhin schon erwähnt hatte, schauen wir uns gleich nochmal an, grundsätzlich, wie immer, muss natürlich dazu gesagt sein, das Ganze ist hier keine Anlageberatung, so traden wir, könnt unsere Trades nachmachen, möchtest man natürlich nicht, kommt aber auch monatlichen Tradergeste rein, sprich, gerne erstmal selbst ein Bild davon machen, bevor ihr die Trades blind kopiert, sind auch jetzt aktuell bereits 1.100 Leute, die hier von unseren Signalen profitieren. Ebenso in der Videobeschreibung verlinkt ist unsere Talk-and-News-Gruppe, falls ihr eine austauschende Community haben möchtet oder einfach unsere Updates oder kleine Trade-Ideen, eben wie jetzt hier beispielsweise vom DAX nicht verpassen möchtet. Gut, weiter im Kursgeschehen, wie gesagt, beide Gruppen in der Videobeschreibung verlinkt. Gehen wir runter auf den Stunden-Time-Film, die orange 3 bei Bitcoin wie folgt und erteilt, und zwar hoch in der gelben 1, aktuell nach wie vor unserer Meinung nach in der gelben 2, und ihr seht hier schon untypischerweise das 0.82 für eine Welle 2 bei uns an, liegt hier bei den 26.650 USD, liegt einfach daran, dass sehr viele aktuell unserer Meinung nach die 25k hier aufbeschwören. Dieses 0.32 wäre theoretisch das Mindesttag jetzt für diese gelbe 2, weshalb wir das einfach auf dem Schirm haben, das wir gegebenenfalls sogar etwas früher drehen, deshalb haben wir das hier einfach nach wie vor auf dem Schirm, kann jedoch natürlich sein, dass wir auch hier die 25k-Region noch vordringen werden. Gucken wir uns das gleich auf dem kleineren Time-Film an, das kommt jetzt nämlich darauf an, wie hoch wir jetzt in den nächsten Stunden und Tagen retracen werden. 15 Minuten-Time-Film, wie hatten wir unsere gelbe 2 unterteilt? Da hat sich jetzt noch ein bisschen was getan zum letzten Update, denn folgendes, also grundsätzlich hatten wir, auch das war zum gestern Update, wie wir bereits da, hatten wir unser W, X, Y hier nach unten gezählt, beziehungsweise unser A, B, C war es da noch, sorry, und jetzt eben in der C dann mit dem Impuls nach unten, da wir jedoch, also grundsätzlich gestern war es wie folgt, dass wir hier ein 1, 2, 3, 4, 5 drauf hatten und jetzt hier eben in der 5 runtergekommen wären. Die 4 hat da bereits das Golden Pocket hier gehittet, wo jetzt aktuell die A drin ist, wir haben das Golden Pocket jetzt nochmal rausgenommen. Zwar schneidet die 4 jetzt aktuell immer noch nicht die 1, ist aber aus unserer Sicht einfach extrem unwahrscheinlich, dass es sich hier noch um eine 4 handelt. Wir hatten zwar eine schwache 2 gesehen, dass eine 4 aber über das Golden Pocket geht, ist nahezu unmöglich, weshalb wir jetzt den Count insofern geswitcht haben, dass wir sagen, okay, das Ganze war hier wohl ein W, X, Y, die Y ist bereits gefunden, mittels dem W, X, Y, X, Z haben wir jetzt hier übergeordnet, die blaue W hier ausgebaut und kommen jetzt hier hoch eben in der Gegenbewegung, in der blauen X, um dann am Schluss nochmal mit der blauen Y abzuverkaufen. Ich hoffe, das ging jetzt nicht zu schnell, sprich, wir gehen davon aus, dass jetzt hier vorerst zumindest der Boden hinterlegt ist und wir jetzt hier erstmal in die 29 bis 30k Regionen kommen werden. Hatten auch einen einigermaßen schönen Impuls hier bei Bitcoin jetzt nach oben raus gesehen, sprich, wir labeln das Ganze hier seit unserem Bottom hier erstmal hoch mit einer A, sind dann hier runtergekommen, dreiteilige B und jetzt aktuell hier auf besten Weg in unserer C, beziehungsweise schon in der C drin. Wir können uns auch hier mal ganz kurz unsere Targets grundsätzlich reinladen über unser A, B, wäre jetzt erstmal die nächste Haltestelle. Unser 1-to-1-Ratio liegt bei den 28.070 US-Dollar, danach erst wieder interessant unsere 28.500 bis 28.800 US-Dollar. Hier liegt unser regulärer externen Bereich und der überextenten Bereich beginnt dann hier genau in Korrelation mit unserem übergeordneten 0,5er, und zwar bei den 29.060 US-Dollar. Hier liegt einmal unser 0,5er Fibulatio, danach nächster Support beim Golden Pocket, 29.520 US-Dollar. Wir haben aktuell den Trade noch drin, gegebenenfalls werden wir ihn rausnehmen, jedoch, wie gesagt, hat weder bei Bitcoin, kommen wir auch gleich dazu, auch bei Ethereum die 4 noch nicht die 1 geschnitten, auch wenn wir das Golden Pocket jetzt hier minimal ausgeweckt haben, ja, sollten wir jetzt hier unmittelbar nach unten drehen, wäre hier trotzdem vom starken Support auszugehen, müssen wir uns jetzt einfach nochmal überlegen, ob wir den Trade gegebenenfalls sogar löschen, sprich, falls ihr das nicht verpassen möchtet, falls ihr einfach up-to-date bleiben wollt, gerne mal die Links in der Videobeschreibung auschecken, sonst gehen wir jetzt hier aktuell erstmal davon aus, dass wir uns jetzt hier weiterhin holen werden, kann natürlich sein, dass wir dann hier mit der C, beim 1.618 beispielsweise, erst unsere übergeordnete W ausbauen, runterkommen nochmal in der X, um dann in der Y hochzukommen, da warten wir dann jetzt erstmal ab, was aber in allen Fällen jetzt erstmal der Fall ist, dass wir jetzt hier unserer Meinung nach hoch in die 29- bis sogar 30k-Region hier kommen, haben hier oben auch noch eine Ineffizienz theoretisch offen, gucken wir jetzt einfach, je nachdem, je nach innerer Struktur letztendlich. Gehen wir rüber in die Ethereum, das Ganze hier erstmal auf dem 4-Stunden-Timefilm, hier sind wir etwas bullischer unterwegs, da wir den Boden bereits früher gebildet haben, ich weiß nicht, was das Fitbitz hier gerade hier zu suchen hat, grundsätzlich einmal hier in orange, äh in rot, unseren bereits größeren Impuls, sprich, wir sind hier in der übergeordneten roten 3, diese nochmal unterteilt in den orangenen Count, jetzt wie bei Bitcoin, hoch in der 1, runter in der 2 und auch hier aktuell in der orangenen 3, auch hier gehen wir davon aus, dass diese Welle 3 überextendieren wird, sprich, dass wir hier uns noch bald in der roten, in der orangenen 3 eben in der 3100- bis 3350 US-Dollar-Region dann befinden werden. Stunden-Timefilm auch hier noch etwas bullischer, da wir eben einfach schon etwas früher im Bullenmarkt hier bei Ethereum reingestartet sind, eben mit einem Doppelbond 2, einmal hier in gelb, sprich mittels 1, 2, 3, aktuell hier in der gelben 3 und diese gelbe 3 eben nochmal unterteilt in den grünen Count, hoch in der grünen 1 und aktuell hier in der grünen 2, sprich, wir warten hier nochmal der 3, 4 und 5, um dann unsere gelbe 3 jetzt erstmal zu finishen. 15 Minuten-Timefilm auch hier, sehr interessant, hat sich auch nochmal ein bisschen was zum gestrigen Update-Video getan, gestern gingen wir noch davon aus, dass es sich hier übergeordnet um den Impuls hat, da wir den jetzt aber nicht wirklich sauber abgeschlossen haben, hatten wir das jetzt nochmal geändert, müssen wir uns später nochmal im Detail anschauen, denn grundsätzlich ist das Ganze hier trotzdem schöner als Impuls zu zählen, als eine korrektive Bewegung, jedoch erstens bei Bitcoin erwarten wir jetzt hier eine etwas komplexere Korrektur eben in der X und dann mit der Y abzuverkaufen, anstatt jetzt hier mit einer B, plus passt das Ganze auch besser mit dem Gesamt-Kryptomarkt, da erwarten wir bei meisten größeren Altcoins ebenso erstmal jetzt eine Gegenbewegung in einer X, um dann mit der Y abzuverkaufen, deswegen haben wir das jetzt hier erstmal geändert, grundsätzlich, wie hatten wir das Ganze geändert, und zwar im W, X, Y, X, Z hier in Orange, sprich auch hier aktuell primäre Erwartung, Boden bereits drin, hier hatten wir das Golden Pocket tatsächlich nicht mal rausgenommen, gestern war nämlich folgendes hier auf dem Chart, hier in der 1 runter, hoch in der 2, runter in der 3, jetzt hier hoch in der 4, wie gesagt, Golden Pocket wurde bei Ethereum noch nicht rausgenommen, dann nochmal runter in der 5, aber ihr seht schon, 2 zu 4, extrem krass, die Proportionen, deshalb, das aktuell, ja, wir haben es noch auf dem Schirm, aber dass es sich hier noch um eine 4 handelt, ist einfach extrem unwahrscheinlich, sollten wir jetzt unmittelbar in Richtung Lower Low drehen, aber auch hier nach wie vor die Bereiche aus dem gestrigen Video valide, hier beginnen bei den 1.817, gehen runter bis zu den 1.780 US-Zöller, aktuell, wie gesagt, nicht unsere Primärerwartung, bei weitem nicht unsere Primärerwartung, da würden wir euch auf jeden Fall in der Talking News-Gruppe Up-to-Date halten, wir gehen davon aus, Boden jetzt hier hinterlegt, hoch mit der W, unter mit der X und aktuell bereits in der Y, auch hier können wir uns natürlich mal direkt die nächsten wirklich markanten Bereiche reinladen, über unser WX, zwar wird jetzt hier erstmal das 1-to-1-Richter interessant werden, bei den 1.900 US-Zöller genau, und danach auch hier erst unser 1.618er, 1.940 US-Zöller, und unser Überextension-Bereich korreliert dann auch hier ganz gut, mit dem 0,5er, bei den 1.983 US-Zöller, danach erst wieder unser übergeordnetes Golden Pocket interessant, bei den 2020 bis hoch auf die 2030 US-Zöller. Genau, und das hat dann der Stelle auch schon gewesen sein, sollten noch Fragen zum aktuellen Count, zu den wichtigsten Levels offen sein, uns gerne entweder in den Kommentaren oder in der Talking News-Gruppe wissen lassen, und sonst würde ich sagen, Trading näher ist raus, wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe, oder sonst morgen früh regulär im Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut, Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.